Hallo Leute, nächster Tag ist angebrochen. Es ist immer noch Nacht. Meist jetzt nie gleich. Nee. Eigentlich, 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 eigentlich haben wir alle Aufnahmen an einem Tag gemacht. Ja. Ja, wir haben jetzt... Schau mal, by the way, ich hab dir was mitgebracht. Hau raus. Oh. Jetzt fahr's auf. Darauf bist du nicht vorbereitet. Antriebsfinger. Oh, machst du jetzt hier? Hast du nicht genug Schienen? Doch, doch. Ja. Oh, fertig. Jo. Stopp, jetzt. Msss. Dann sind wir noch mal ein Tag wieder. Jo, oha. Oh, man kann sich da gar nicht reinsetzen. Schau, da kann ich jetzt dir was Besonderes reinpacken. Kannst's rausnehmen. Ich hab's drin gelassen. Hallo. Hast jetzt meine Steaks genommen? Nein. Doch, hast du. Das weiß ich ganz genau. Aber ich weiß, dass da sechs drin waren. Und du hältst gerade einen in der Hand, du kleiner. Nein. Nein. Okay. Ja, jetzt hast du's geswitcht. Das hab ich gen... Was hält's? Du, Miga. Hehehehe. Digga. Ja. Wie viel hast du an Essen insgesamt? Äh, 13. Perfekt, ich hab zwölf. Nois. Dann ist das ja nur fair. Kann ich eigentlich meine Lure irgendwie umcraften? Nee, perfekt. Das darfst du nicht. Schau, ich mach jetzt was. Kann das weitergehen. Bam. Nee, warte. Nee, wir haben noch keine Amboss. Oh, Mann. Du musst jetzt nicht schon wieder Amboss auf mich schmeißen, ja? Nein, nein. Alles gut. Okay. Dein Crafting Table und so. Ach, du willst aber nicht mehr nehmen. Ach, okay. Was, wenn ich dir jetzt sage, ich hab auch keinen. Dann spring ich in den Lavasee. Ich hab keinen. Ohhhh. He jumps in den Lava. Clickbait. Oh, he he he. He jumps in. Ich war nur so kurz wie möglich. Wir sind bereit, den Goldchen abzuziehen. Stirbst du gerade? Nee. Gut. Gut. Dann lass mal ein Dorf suchen. Einfach aus Prinzip und dann die Dorfbewohner uns scammen. Obwohl eigentlich... Schau, ich hab den Tank drin. Was? Was? Ach, das ist riesige Tank. Ja, Mann. Chicken. Oh, schuld. Oh, nix. Chicken dicker Masala. Lass... Lass... Also Inder machen jetzt. Oh, Creeper. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ja, explodiert. Okay, Alter. Ja, lass jetzt. Da hab ich wie der mir nur ein Leben abgezogen hat. Ich war gefühlt in dem dritten. Ja, freu ich mir auch. Oh, neues Biom. Hier ist ein anderes Biom. Hier ist ein cooleres Biom. Natürlich. Ich brauch hier Essen. Hier ist nämlich normales Biom, weißt du. Schade. Ja, nimm mal drei Wolle. Und so. Oh, hier ist mehr als drei Wolle. I see. I see that. Also, ich seh nicht viel, aber ich seh das zumindest. Ich hab zwei Wolle. Hast du noch ein bisschen eine? Ich hab vier. Gib mal eine, dann machen wir Pettchen. Da. Wolle. Danke. Und jetzt kurz den Krieger noch richten. Züchtigen sie sich. Däm. 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 Und es schweigt. Hey, du hast mich geschlagen. Däm. Däm. Naja. Nee, hab's auch gesagt. Das ist doch gut dann. Dann sind wir uns ja ein. Ja. Ich muss zu allerersten Mal. Hier so. Und dann nehmen wir hier so. Und dann haben wir ein Bündchen. Ja, bei mir ist es Kraft. Ich seh, dass du nicht weißt, wie man Bettchen craftet. Doch, aber bei mir ist es Kraften so ein Kramp, Alter. Ich weiß sehr wohl, wie man craftet. Ich bin nicht ganz so unerfahren, wie du denkst, Freundchen. Ich kann auch Sachen. Weißt du? So wie... Weißt du, wie ich das mache? Wollen wir einen Bettklatsch machen? Nee. Ich mache einen Brotklatsch. Ich habe das Bett sogar platziert. Nice. Mann. Also, ich habe deinen Goldapfel. Das ist gut. Dann komme ich mal wieder, gell? Ja. So, ich würde nur das Essen aufheben. Dann bleiben wir alles Zeug ein. Und dann legen wir schon mal ein bisschen Gameplay am Tag. Weil, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich wiederkomme. Ich muss nur das wichtige Zeug finden, weil deine Kack-Samen brauche ich jetzt echt nicht. Sag ich? Nee. Deine Samen kann man gerade echt scheißen, Alter. Aber ich nehme dein Bett mit, weil ich so freundlich bin. Boah, ich danke dir. Ja, scheiße. Ich bin sehr weise auch. Weil der Weg jetzt dann doch sehr weit ist, muss ich jetzt irgendwie an Nahrung kommen. Ja. Heißt, ich hoffe, dass Kuhs gespawnt sind. Soll ich männlich sein und jetzt ein Feld bauen? Was? Ein Feld. Einfach so. Oh ja, lass. Oh mein Gott. Lass. Ja, baue jetzt ein Feld. Und nächste Folge wird dann einfach nur, nennen wir dann einfach nur das exponentielle Wachstum. Und wir bauen das Feld einfach immer weiter aus. Ja. Warte, ich muss mir eine große Fläche suchen. Ich habe ja Wassereimer und so. Scheiß doch mal auf Fortschritt. Wir machen einfach nur das. Ja. Das ist eine gute Idee. Hier liegen einfach immer noch die Stöcke rum. Die sind nicht diesbohrt. Okay. Wir verändern die Landschaft gar nicht. Wir machen einfach nur ein Feld. Oder sollen wir so eine riesige flache Fläche machen? So eine gigantische, weil nächste Folge, wir bauen nächste Folge 15 Minuten ein gigantisches Feld. Okay, warte, dann mache ich aber eine Mini-Base für uns, okay? Ich mache eine ganz, ganz kleine. Darf auch einfach nur betten. Nur so ein Blöden. Nur so ein Blöden. Oh. Die wird gigantisch. So. Kennst du sie? Nein, nur so ein Blöden. Ich beschränke mich auf neun Quadrat-Blöcke. Okay. Perfekt. Runterkreis. Nur ein Blöden. Was ist jetzt? Nur ein Blöden. Halt jetzt deine Scheißmaul. Nur so ein Blöden. Was ist ein Blöden überhaupt? So ein bisschen was. Dann sag halt so ein bisschen was und red nicht irgendwas Arisches daher. So ein Blöden ab. Das habe ich noch nie gehört. Nicht mal mein Deutschleber weiß, was das ist. So ein Blöden. Google ist so ein Blöden. Nee, ich google jetzt nicht so ein Blöden. Ich baue jetzt ein Haus. So ein Blöden. Aber nur so ein Blöden. Weißt du jetzt? Jetzt seine Scheißmaul. Weißt du? Jo, yeah. Ich halte mein Blöden. Wenn du jetzt ne. Blöden. Wow, jetzt. Wenn du noch einmal Blöden sagst, dann. Blöden. Du. Gut. Sag mal X-Koordinate. Ähm. 122. Okay. Oh, hier sind Schorf. Wir brauchen jetzt keine Schorf. Ja, scheiß mal auf Schorf. Doch, ich brauche Schorf. Maul. Dann kann ich sein, ich brauche Schorf. Schorf. Aber ich brauche nur ein Lünder. Schorf. Halt deine Scheißmaschine. Bitte. Wenn es das einfach nicht drauf anlegen soll. Ruhe jetzt. Ich mache halt unser Lünder. Jetzt halt mal deine Schorf. Ruhe jetzt. Schorf. Ja. Ey Junge, das ist so. Oh mein Gott, ist das idyllisch, Junge. Das glaubst du gar nicht. Lünden aber nur. Wenn es kein Lünden ist, dann gehe ich wieder. Weißt du, kennst du diese Tiny House? Diese Lünden. Ja, ja. Sowas haben wir jetzt. Das ist richtig cool. Boah, geil. Weißt du, das ist so. Wir haben wirklich, also wir haben neun Quadratblöcke. Also literally. Also. Ja, Lünden halt. Wohnfläche von neun Quadratmetern. Und ich mache das auch noch cool, okay? Warte, ich mache das cool. Okay. Aber nur Lünden cool. Aber guck, wir haben jetzt schon den perfekten Folgenname. Lün. Lün. Weißt du, wie man schreibt oder zugelst du da? Jo. Lün. Lün. Oh, das wird so geil. Ich glaube sogar nicht. Unser Lün. Unser Lün wird so männlich. Es wird so männlich. Kannst du mir gar nicht mitzunehmen. Oh mein Gott, ist das. Oh, ist das geil. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Halt jetzt deine Scheiße. Weiß ich. Nein. Aber dieses. Dieses nein. Ich mache hier gar nichts. Ich bin jetzt über den Lavasee gehechtet. Zweimal. Wie so ein Delfin. Wie so ein Doppelsprung, weiß ich. Wow, süß. Warte. Ich brate jetzt noch Essen. Und dann. Sag mal X und Z-Koordinate. X ist 121 und Z ist 69. 69. Ich weiß nicht, warum dir die Z-Koordinate von mir willst, weil Z ist die scheiß Höhe. Nein. Ja, das ist dann. Nein. Y ist noch nicht die Höhe. Sondern ich bin ja nicht auf 1100 Blöcken. 1137. Ja, das war einfach so. Ja, sorry. Okay, ich mache jetzt. Soll ich einfach zwei Wasserleimer machen? Ich sehe deinen Namen. Ich sehe deinen Namen. Ich sehe deinen Namen. Soll ich zwei Wasserleimer machen? Wie lange geht jetzt die Aufnahme? 11 Minuten. Soll ich jetzt zwei Wasserleimer machen oder nur einen? Warum nicht? Also. Alter, das ist wirklich nur ein Lünn voraus. Aber erst mal brauche ich Nahrung. Ja, Nahrung ist im Ofen. Boah, ey. So eine gemütliche Kiste käme auch richtig gut jetzt. Da ist die Küste. Yo, hä? Stimmt. Digga, das ist einfach ein richtig gemütlicher Lünn. Digga, das ist so geil geworden. Ich finde nur die Höhe ist ein bisschen kacke, weil man kann nicht aus Bett latschen. Das ist nicht gut. Das ist ein guter Lügen. Digga, jetzt nimm den scheiß Becher auf. Du hättest ihn auch einfach in die kiste bringen können. Halt die scheiß Fresse. Ich pack ihn in die Kiste. Das ist einfach. Ja. Danke. 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 Es schmält sich jetzt. Jo. Okay. Du machst so. Weißt du, du machst so Hose, okay? Was? Okay, egal. Jetzt eine wichtige Frage. Ja, eine wichtige Frage jetzt. Halt dein scheiß Paul. Sollen wir so einfach so, sollen wir die Landschaft so bewirtschaften, wie sie gerade ist? Oder sollen wir so ein riesiges Flächen machen? Nee, einfach Flächen. Aber kriege ich ein bisschen Holz? Ähm, hab kein Holz. Nichts? Nee. Hab kein Holz. Okay, ja gut. Ja gut. Nee, ich mach... Okay, du machst sowas die Fläche. Pass auf, dass wir nicht über die Aufnahmezeit gehen. Und ich... Okay, dann machen wir einfach eine neue Aufnahme jetzt. Okay. Ich mach mich daran, den Lütten von Haus gemütlicher zu machen, okay? Aber mach ihn höher. Ein Block höher. Nee. Doch, sonst ist nicht genug Platz drin.